Herzlich willkommen zum Tutorial Newsportale und Nachrichtenagenturen. Sie erhalten einen kurzen Überblick über Newsportale, die Arbeit von Nachrichtenagenturen und die Tätigkeit des Deutschen Presserates. Im Mittelpunkt steht die wahrheitsgetreue Berichterstattung im Gegensatz zu Fake News. Newsportale, die Sie im Internet finden, unterscheiden sich in einigen Punkten von gedruckten Zeitungen und deren Online-Archiven. Wenn Sie den Links folgen, finden Sie Informationen zu den in Deutschland am häufigsten genutzten Newsportalen. Sie haben vermutlich auch beobachtet, dass in unterschiedlichen Zeitungen und Newsportalen fast wortgleiche Artikel stehen und auch Falschmeldungen sich wiederholen. Im Allgemeinen liegt das daran, dass viele Redaktionen auf die Meldungen der gleichen Nachrichtenagenturen zurückgreifen. Deshalb hier ein kurzer Blick auf Nachrichtenagenturen und ihre Arbeitsweise. Hier finden Sie eine Auswahl von Grundsätzen zur Arbeit von Nachrichtenagenturen über wahrheitsgemäße Berichterstattung. Die Agenturen haben als kommerzielle Anbieter selbst ein großes Interesse an korrekter Berichterstattung, um ihre Kunden nicht zu verlieren. Einschränkend gilt, nicht überall lassen die politischen Gegebenheiten freie und wahrheitsgetreue Berichterstattung gleichermaßen zu. Eine wahrheitsgemäße und ethische Berichterstattung wird unter anderem durch eine gesetzlich garantierte Pressefreiheit, eine vielfältige Medienlandschaft ohne Monopolbildung und natürlich eine informierte und kritische Öffentlichkeit begünstigt. Im Spannungsfeld zwischen unabhängiger Berichterstattung, dem Einfluss von Interessengruppen und dem Streben nach wirtschaftlicher Gewinnmaximierung kann auch eine Selbstorganisation der Medienschaffenden hilfreich sein. Der Deutsche Presserat als Dachverband und Interessenvertretung hat im Pressekodex publizistische Grundsätze und ethische Standards für den Journalismus formuliert. Die Mehrzahl der deutschen Verlagshäuser bekennt sich mit einer Selbstverpflichtungserklärung dazu, dem Pressekodex bei der Berichterstattung in ihren Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien zu achten. Ebenso verpflichten sie sich damit dazu, die Regeln zum Datenschutz zu befolgen. Viele Redaktionen weisen in ihrem Impressum darauf hin, dass sie sich an die im Pressekodex definierten Qualitätsstandards für journalistisches Arbeiten halten. Durch die Selbstverpflichtungserklärung verpflichten sich die Verlage auch dazu, eine vom Presserat erteilte Rüge zu veröffentlichen. Eine Rüge wird im Fall einer massiven Verletzung eines ethischen Grundsatzes des Pressekodex ausgesprochen. Die Veröffentlichung kann in einer der nächsten Printausgaben oder in Form eines Zusatzes zu einem Online-Artikel geschehen. Das Einreichen einer Beschwerde ist online für jedermann möglich. Vielen Dank für Ihr Interesse!